Noch ein verdammter letzter Versuch. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich will noch die anderen Spiele spielen. So, das müsste jetzt aber was bringen. Was hat er da für ein Viertelsting? Ich weiß nicht, ob er genau da durchfällt. Falsche Richtung. Doch nicht. Ah! Ah! Ja! Ja! What? Und treff doch jetzt das Teil. Oh, da fährt er. Nein, super. So, jetzt noch zwei. Die 35 Orangenbeiträge. Ja, könnte ich da irgendwie durch die... Durch! Nein! Toll! Kann ich auch. Ja, komm, da, 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 da. Nicht. Na, so teuer war es jetzt auch nicht. Nein! Ja, hat nicht ganz funktioniert. Walter, was machst du da? Ja. Ja, das... Och, Mann! Kannst du da noch was werden? Da kann es nichts mehr werden. Ich kann ja dann... Ja. Hahaha, alles klar. Hab doch noch ne Chance gekriegt. Und die nutzen wir jetzt raus. Aus! Sogar noch hier die 10.000 noch mal zugeholt. Oh, ne. Das ging jetzt schnell. Und dann haben wir noch zum Schluss die 35 Orangenmuscheln. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ah, falsche... Ah... 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 Ah, schade. Ach, der muss doch reingehen. Und mehr kannst du nicht, oder? Ach, Mann! Was machst du da? Ey, ist es dein Ernst? Kriegst du jetzt nur einen von mickrigen, blöden Steinen, oder was? Das war Glück. Das war mächtig Glück. Ah, Mann! Ich krieg die blöden Steine nicht! Weg! Das... Meine Güte, du! So, jetzt müssen wir uns überlegen. Wir kommen so... nicht dran. ...dran. Ooooooooh! Der blöde Stein war im Weg. Daran hat's gelicht. Ne, nur, dass wir so gut rangekommen sind, nochmal. Das war echt krass. Aber dieser blöde eine Stein... ...hat uns irgendwie den... ...plan verstanden. Und wie viel fehlt. Toller Start, dass wir den grünen... ...Spielstein, der nichts mehr mehr sein würde... ...auf empfehlen. Ja... ...wieder falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Rollst dauernd in die falsche Richtung heute. Was ist da los mit dir? Hm, 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 hm. Ja, der kommt zurück, der kommt zurück. Das passt! Wieder der, ey, der... ...ne, dich nehmen wir in der zweiten Welt nicht. Da ist sie. Ja, komm, jetzt treff doch nicht wieder nur ein... ...ein paar Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Mikro. ...eine... ...steine... ...so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... ...mit zwei Kugeln. Wie geht das? Ich hoffe. Komm! Wie kämpfen wir uns wieder so ran? Ah, das war so schnell abgefallen, oder? Nein, das könnte nichts werden. Das kann nichts werden, weil du wieder einen... ...Mist machst du jetzt in die andere Richtung. Das ist gut. Das ist gut! Das ist... ...eiglich... ...gut gewesen! Was soll das? Ich hab keinen Bock mehr! Meine... ...Güte, ey! Triff doch! Tu mal was für dein... ...Werk, ey! Wir sind ja nicht für sonst einen Ohrknall erfunden. Da wir übrigens uns ja das Abenteuer ausgesucht haben... ...dürfen wir uns ja den... ...Spielbestimmer quasi auswählen. ...Där es, wenn dich aus es auch den... ...wenn die Aufwand wieder... ... ...Dich, ich... ...Dich, ich... ...Dich! ...Dich! So, ich war gerade am Denken. Boah, beide, hier nicht, beide, nein, nein, 11 Meter und drin. Boah, Mensch, was das hier ne schwierige, gut, ja, zum zweiten Mal. So, und hier werden es mit 45 Spielsteinen und hier 55 und dann, wo ich schon einmal die 300.000 geschafft habe und einmal habe ich sogar 350 geschafft, aber nicht bei diesem Account, hier und dann gibt es hier und hier, also hier mit den Punkten noch, da räumen wir alle, also alle Spielsteine müssen wir abräumen und da brauchen wir wirklich ne richtige Waffe. Hier, räumen wir alle Spielsteine ab, besiegen normale Computergegner im Duellmodus, hier, besiegen schwere Computergegner im Duellmodus, besiegen meisterhafte Computergegner. Welche, mehrere Levels hintereinander? Zwei Levels, drei Levels, vier Levels, fünf Levels, sechs Levels, also ich glaube, Levels ohne Niederlage, das ist auch schwer. Ja, drei Level Duell, überbiete eine vorgegebene Gesamtpunktzahl über deine, über drei Levels. Ah, ach so, hier, ach da war das immer, hier, 750.000, 800.000, 850, 900, erziele mehr als eine Million Punkte über drei Levels. Ist das nicht Wahnsinn? Und dann haben wir hier, die sind die schwierigsten, auch so, um diesen Pegel-Institut zu bieten, das. Welche, ein Level mit, nur zwei Kugeln zu beginnen? Das ist schwer. Ein Kugel mit, nur einer Kugel zu beginnen? Was? Welche, drei Levels mit nur zehn Kugeln? Alter! Erziele mehr, erziele mehr als 750.000 Punkte in einem Level deiner Wahl. Wie soll das denn bitte gehen? Zehn zufällige Levels hintereinander. Das sind schwierige Herausforderungen, auf die wir noch zugreifen werden, aber nicht mehr in den Ferien schaffen wir nicht mehr. Wir werden aber am Samstag nochmal welche Herausforderungen spielen. Und am Samstag werde ich auch das große Jumping Jack Special machen, wo wir einmal komplett Jumping Jack spielen werden. Ohne Pause. Und dann kommen wir hier auch langsam an die 100 ran. Und dann würde ich sagen, es ist für heute bei Pegel Schloss. Wir sehen uns noch gleich bei Minecraft, wo wir schon mal zumindest anfangen, unseren Fußballplatz zu bauen. Bis dahin, Tschüss und Bye Bye. zum Beispielультат� Сnet. Und dann einmal mit einer Abrac